Musik Mit Musik und Liedern im Besonderen kann man Menschen erreichen. Musik hat die Gesellschaft verändert, verändert sie immer noch. Man kann Brücken bauen, man kann Kommunikation herstellen, man kann ein Nachdenken anregen. Wer heute noch einen geilen Protest-Song schreibt, der ist genial. Es ist einfach eine Notwendigkeit für junge Künstler, sich zu positionieren. Und wenn ihr auch einen Anstoß haben wollt und endlich mal Musik machen wollt, dann kommt zum Protest-Sommer im OK. Weil dort könnt ihr das unter Anleitung einfach mal probieren und könnt mal alles rauskitzeln aus euch, was da so in euch steckt. Musik 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 Musik